Ich warte, bis du mich siehst und dann... Du hast mich gesehen. Warum hat er sich nicht hochgegelt? Weil ich fair bleiben will. Achso. Ich würde mich dann immer mitmachen. Ich mache den Polizisten. Ich habe aber auch Kopf, da warte mal, ich mach mal Kopf schauen weg, weil es nervt mich. Ich auch. Warte auch nicht. Wir hören gesteben so. Nein, Mann. Ich habe keinen Bock, dass wir da dauernd die Polen reinpfuschen. nicht schlecht, nicht schlecht. Aber du spielst mit Heavy. Ja. Okay. Zwei Streifschüsse und ich habe dir drei Hits gegeben einfach. Und dann bist du jetzt gestorben. Ich habe aber keinen BST. Du kannst uns das Video nachgucken. Ich weiß. Das waren wahrscheinlich Streifschürze, die ich hatte. Ja. Mach mal bis 10, damit es spannend wird. Ich hätte jetzt so 15, auch keine Ahnung. Ja. Ja, ich muss wieder mehr üben und meine Einsteigungen umstellen, weil ich habe die jetzt von der D-Attack drin und... Ja. Ich habe diese normale Gefühl. Oh, der war gut. So. Nur damit ich auch wieder gesunde Halt habe, weil... So, aber bin ich jetzt gespawnt. Okay, da. Gut. Ja. Ja. Ah. Finished. Haja. ное. Ich weiß schon, wie ich den Videotitel nenne, Lost? Nicht, weil du Lost bist, oder weil ich heute super Lost bin. Okay, du hast dich nicht hoch gejagt, das geht halt auch, ne? Ja, ist einfach gut. Okay, du hast gewonnen. Wer hat dich nicht hoch gejagt? Wer hat dich nicht hoch gejagt? Wer hat dich nicht hoch gejagt? Ja. Okay, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. War ein gutes Match. Ja. Jetzt bin ich auf das Dogfight gespannt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.